Dass man die Freuden des Winters nicht nur auf zwei Skiern, sondern mindestens genauso gut auf vier Rädern erleben kann, das beweist die Veranstaltungsreihe BMW Winterfreude. An den Wintersportorten Kaltenbach, Flachau, Salbach-Hinterglemm und Obertauern können Interessierte das Thema BMW X-Drive hautnah selbst erfahren. Zum Beispiel den neuen BMW X1. Im X-Dome können Sie ihn schon einmal probesitzen, bevor Sie dann mit ihm erleben, was das intelligente Allradsystem BMW X-Drive alles kann. Auf dem eigens gefertigten X-Drive-Parcours nämlich unter der Anweisung erfahrener Instruktoren. Und Sie merken jetzt ganz einfach, wie das Auto aktiv die Kräfte zwischen den beiden Achsen hin und her verteilt. Denn das ist BMW X-Drive. Die beste Traktion in jeder Situation auf jedem Untergrund. Ja, es hat super viel Spaß gemacht und ich bin begeistert, was das X-Drive-System leistet. Ich kann es nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Auf dem Parcours kann man neben dem neuen BMW X1 die komplette BMW X-Familie testen. Sodass sich leicht feststellen lässt, Fahrfreude hat viele Größen und Facetten. Die Einfachheit macht es aus. Prinzipiell braucht man sich weniger drum kümmern und weniger darauf konzentrieren. Wenn man normalerweise mit einem kleineren Wagen gewohnt ist und dann unter diesen Verhältnissen. Das war schon ein Erlebnis auf jeden Fall. War gut. Hat Spaß gemacht. Die Resonanz der Teilnehmer ist sehr gut, weil sie es nie erwartet hätten, dass ein Auto so gut diese Situation meistern kann. Was ein BMW X-Drive-Fahrzeug auf kurvenreichen Strecken und im Schnee zu leisten in der Lage ist, kann man auf der Ausfahrt erleben. Zum Beispiel im neuen BMW 7er mit X-Drive. Das System erlaubt es dem Fahrer, die Kraft und Dynamik des Fahrzeugs vollständig zu nutzen, dank der variablen und stufenlosen Verteilung der Antriebskraft auf die Achsen. In engen Kurven, beim Anfahren am Berg oder auf rutschigem Untergrund, die Kraft wird immer optimal auf die Straße übertragen. Das ist ein ganz tolles Gefühl hier zu fahren. Er hält super die Spur, von der Traktion her optimal. Also ein Fahren. Schöner könnte es eigentlich im Schnee bei solchen schlechten Verhältnissen überhaupt nicht sein. Nach der winterlichen Ausfahrt heißt es dann Entspannung im X-Dome oder Bewegung am Ski-Simulator. Bei einer täglichen Verlosung kann man ein paar K2 BMW X1 Edition Ski gewinnen. Mehr Informationen zur BMW Winterfreude unter bmw.de slash winterfreude bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.